Musik 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 Warten wir die Girls von der Glammer Gang Ich habe aus zutraulichen Quellen erfahren, dass heute das Jungslogger 2018 begonnen hat. Stimmt es? Sind Sie heute am Jungslogger 2018? Ja! Was wird heute passieren? Was ist heute schon passiert? Können wir einen kurzen Einblick in Ihr Leben haben? Also wir sind hier in Zinsenburg am Walsee und wir sind heute mit der Bus hergegangen und dann haben wir die Zimmer bezogen Spiele gespielt dann gab es Abendessen, das waren Würstchen und dann hatten wir eine neue Gruppe gebildet und die Jungslater suchen müssen Das hört sich irrsinnig stressig an Habt ihr überhaupt Zeit für euch selbst? Habt ihr überhaupt Spaß? Könnt ihr überhaupt lachen? Ja, das können wir auf jeden Fall Unglaublich! Was sagst du? Warst du heute noch etwas nervös? Musst du spontan sein? Weißt du was ich heute noch erwarte? Nein! Gibt es überhaupt einen Plan? Nein! Wow! Die Clever Girls müssen auch noch spontan und kreativ sein Unglaublich! Stressig, spontan und kreativ! Was für ein Job! Tschüss! Tschüss! Wuuu! Lecker! Wuuu! 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 Wuuu!